Wir haben, nachdem wir im Schichtsystem angefangen haben, für die aktive Jagd dieses Jahr noch die Kollektion um die hochwinterlichen Sachen ausgebaut. Wir haben zum einen einen Mid-Layer mit G-Loft-Daune wattiert, ultra leicht, ultra warm, perfekt zu tragen unter Membranenjacken als Wärmeschicht. Gerade wenn es hochwinterlich, minus gerade, Drückjagd bei Wind und Wetter, einfach eine geniale Wärmeschicht. Trägt nicht auf, ist hochwarm, das kombiniert mit dem neuen Winterparker, der auch mit der G-Loft-Daune wattiert ist. Wirklich wahnsinnig warm, mit der 20.000er Membran wieder hochwasserdicht, hochwinddicht und dann eben noch kollektionsseitig abgerundet durch eine Wendevliesjacke. Signal Orange auf der einen Seite, schönes Oliv auf der anderen Seite, da haben wir eine 10.000er Membran drin, auch hochwasserdicht, hochwinddicht. Deutlich wärmer als vergleichbare Modelle auf dem Markt und so sind wir jetzt auch mit Mercury für den Winter gewappnet und jetzt können wir auch bei Minusgraden richtig schön jagen gehen.